Heute stelle ich euch Ernhards Videoblog vor. Ernhard ist ein Landsmann von mir. Wir beide fahren einen heißen Reifen, stehen auf Autos und kommen aus Oberösterreich. Ernhard ist einer der positivsten Menschen, die ich online kennenlernen durfte. Mit seinen kurzen Clips bietet er nicht nur einen Einblick in seinen Alltag, nein, er macht das auch noch auf eine sehr spezielle Art. Ernhard ist niemand, der andere kopiert. Ernhard ist ein Original. Und darum schaut bei ihm auf YouTube und Instagram rein. Denn reinschauen lohnt sich.